Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezogen hier auf dem Kanal. Wir spielen Kontakt Deluxe. Das ist schon ein bisschen draußen, aber ich dachte, das sieht ganz nett aus. Der Tipp kam übrigens vom Josche aus unserem Team. Und ja, schauen wir uns das jetzt auch mal an. Also, Züge halten automatisch am Bahnhöfen und wir können hier die Weichen verstellen. Und im Prinzip geht es halt darum, dass wir halt die Farbe von einem Bahnhof zu einem anderen Bahnhof bringen mit der gleichen Farbe. Da zum Beispiel blau. Tun wir hier mal die Weiche umlegen und bringen die da hin. Ja, das ist jetzt noch recht einfach. Es wird dann schon noch schwieriger. Ich habe mal ein bisschen reingespielt. Ich habe jetzt aber für das Video den Fortschritt zurückgesetzt. Damit wir das quasi ganz frisch erleben können. Treff nicht den Bus! Wir werden den aber einmal treffen, denn es ist ziemlich witzig, was passiert, wenn wir ihn treffen. So weit, so gut. Er vergleicht wieder weiter und jetzt passt es mal auf. Oh, es ist nicht ausgegangen. Okay, dann halt beim nächsten Mal. Na komm, wir müssen diesen Bus einmal treffen. Gut, ich könnte ihn auch anhalten. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich so ein super Glück habe mit dem Timing. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt. Ja, die Explosionen sind ziemlich groß. Aber das ist witzig. Okay. Machen wir es nochmal. Übrigens, wir haben ein ganzes Timelimit, was mitläuft. In dem Sinn, 52 Sekunden. So, auf diesem Fall tue ich ihn anhalten. Weil ich müsste es jetzt mal schaffen. Silly. Anhalten. Los geht's. Spiel jetzt lieber auf safe. 19 von 25, schauen wir. Das müsste dann jetzt fertig sein. Ja, perfekt. Sehr gut. Weiter geht's. So, und wenn wir dann hier den Bereich abgeschlossen haben, dann gibt's ab hier eine kleine Überraschung. Freut euch auf die schon mal. Das wird super. So, nächste Karte. Hier mit einer Acht und wieder unseren Bus. Aber bei der Karte kommt jetzt gleich ein zweiter Zug. Und wir dürfen natürlich nicht auf den Zug auffahren. Also müssen wir auf zwei Sachen jetzt achten. Also müssen wir auf zwei Sachen jetzt achten. Einerseits mit dem Bus kollidieren. Und dann mit dem anderen Zug kollidieren. Wie geht's? Sehr gut. Das läuft. Easy peasy. Anhalten. Los geht's. Perfekt Oh, du bleibst jetzt erstmal stehen Oh, knappe Sache Nice 24 Sekunden haben wir noch gehabt 3 Sterne Da geht's 2 Level noch Nächstes Level Bremsen Ja, so weit, so gut Wieder 2 Züge, aber diesmal Kommt ein Zug mit dazu, den wir nicht steuern können Nice Jetzt muss ich gerade der Zug wieder kommen Ja Und weiter geht's Die Explosionen sind übrigens immer die gleichen Also egal mit was man da jetzt irgendwie kollidiert Schaut immer gleich aus Nice Vermutlich nur noch eine Runde und dann haben wir's Ja Sehr gut Gut Spurwechsel 60 Passagiere in 75 Minuten Ähm Ähm Wart mal gerade aus Der will zu rot Okay Und jetzt gelb Bring mal hin Oh, zwei dazu Der will zu blau Okay Du fährst zu blau Er wieder zu rot Dann will er gelb Knapp Auch wieder gelb Nice Und blau Aber nicht sehr schwierig Und wir haben wieder gelb Cool Nice Auch wieder Jedes Mal 21 Sekunden Nicht schlecht So Dann hätten wir mal die erste Insel oder wie auch immer man das nennen soll Abgeschlossen Mit Goldmedaille Und Gratis Geschenk Einmal auspacken Oh Geil London Tube Das ändert sich also beim Durchspielen Weil Als ich es angezoggt hab Hab ich hier eine andere Lok gekriegt Und jetzt können wir quasi auswählen Mit welchem Zug wir weitermachen wollen Und ich mach natürlich London Tube Land Hospital Jahr 1972 Nice Okay Ich würd sagen Wir schalten das hier mal frei Und Was sind wir denn Mountain Roulette Das hab ich jetzt noch nicht gespielt Naja okay Das sieht jetzt aber ziemlich einfach aus Hä Ach ist da Ah Die Straße da Mal laden die Autos durchfahren Mal kurz warten I see Komm wir warten wieder kurz einen Moment So das müsste reichen Hä Gemein Aha Der Bus fährt jetzt mal nicht mit Wir fahren durch Weiß Jetzt kommt der Bus So der ist aber durch Wir sollten jetzt eigentlich direkt durchfahren können Grünes Auto ist drin Oh fuck Jetzt kann es schwannend werden Äh Ich warte jetzt mal einen kleinen Moment Oh jetzt durchfahren Yes Und damit müssen wir es eigentlich geschafft haben Perfekt 80 Sekunden noch Zwei Sterne Naja fuck Äh was soll's Gut Gehen wir mit dem weiter Northbound 70 bei 115 Ähm Okay Wo kommen wir da jetzt wieder raus I see Der müsste jetzt da hinten rauskommen Da kommt doch bestimmt ein zweiter zu Oder Naja Okay die können eigentlich gerade mal hintereinander fahren Wobei Du wirst mal kurz bremsen Damit ihr euch da nicht auffahrt Ich hoffe die kreuzen sich da hinten nicht Weil das wäre ziemlich beschissen Was? Noch ein Zug Ähm Okay Ähm Ja Nice So du fährst wieder gerade aus Lauft Geil Und sind es drei? Ja sehr gut Easy 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 Okay Ähm Machen wir mal die auf der anderen Seite Grünes Tal Äh Okay Da kommt doch auch wieder ein zweiter Dann machen wir schon mal den hier Okay Vielleicht kriegen wir es doch perfekt getimed Yes Jetzt auf der anderen Seite auch nochmal Oh cool Ja Echt mal ein Glückstreffer Also das muss doch drei Sterne werden Hier Ich wüsste nicht wenn man das schneller machen sollte Nice 22 Sekunden Drei Sterne Perfekt So Eastway Locking Ähm Oh Das ist Was Äh Ja Kann ich jetzt den anderen Zug anhalten Oder wie Hä Hä Aber wie Ach Nein Ich Ah I see Ich muss die Die Weichen gerade gleich so stellen Dass er hier in den Tunnel reinfährt Okay Nochmal Okay Hier in den Furz Okay Ich fahre mal los Und dann fährst du gerade wieder hier rein Ah Kurz warten Nice Lauft Eigentlich wäre es noch ganz cool Wenn hier so ein Third Äh Third Rage Nicht wäre Warten Ups Ist das wäre falsch gewesen Passt ein bisschen besser zu U-Bauen Ah War ich hier vergessen Einfach aber gemeintes Level So Will ich gerade ausfahren Dankeschön Dankeschön Ich frag mich gerade ob ich eine Weiche stellen kann Obwohl der Zug drauf ist Oh ja kann ich Mann Oh nein Jetzt hab ich den gleichen Fehler schon wieder gemacht Ah komm Probier's Du schaffst das Das ist machbar Ich und solche Spiele So gern wie ich sie auch hab Aber manchmal scheitere ich an den einfachsten Sachen Nice Okay Okay Jetzt wird er gerade Aber eigentlich bin ich ja auch zu Fuß ginge Und die Zwei Seiten Du Faule Leute hier Oh 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 Gott sei Dank Nice Nice Kommen wir's dann langsam Oh fuck Nein 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 Irgendwann Wir schaffen das Das wäre so kurz zum Ende gewesen Hätte nur einmal hinfahren müssen So losfahren Eigentlich werden noch so Hotkeys ganz praktisch Ja wenn man schnell genug ist Dann kommt man noch vor dem da irgendwie rein Aber so Hotkeys für die Weichen Sehr gut Und einfach wieder umstellen Warten Und los Sehr gut So einmal noch Diesmal nicht Ah Gott sei Dank Und drei Nice Okay Dann haben wir hier noch zwei Level Wie sie schauen Das klingt wieder nach Auto-Action Oh Okay Hä Was Moment Ah Ich sag's noch Mit Autos Ah Und den Güterzug Den müssen wir wieder Zurückschicken So wie es aussieht Okay Okay Ich sag kurz warten Oh fuck Jetzt werde ich da im Kreis Und Ich schaff das Okay Also Wow Ich hab grad ein Achievement gekriegt 100 Passengers lost Oh je Also meine Transportfirma Hat kein gutes Rating Nicht gut So Du fährst mal wieder Jetzt ist das aus da Ja Ah ne Jetzt wird der falsch Und Die können sich da nicht begegnen Gut hab ich das jetzt auch rausgekunden Auf ein neues Okay Läuft Und dann kommt bestimmt nochmal Ja Da kommt er wieder Hat noch die Weichen Richtig gemacht Und was ist das jetzt Oh Gott sei Dank Ah Level abgeschlossen Sehr gut Also das ganze Für 10 Geld Kann man sich das kaufen Ich glaub damit Macht man nix falsch Also Was zum Äh 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 Ähm Okay Okay Der muss jetzt zu Blau Der muss zu Gelb Der muss wieder zu Rot Rot Wir müssen beide jetzt zu Rot Ähm Okay Er muss jetzt Dann da rein Ah Naja Ich super Held Okay Er fährt zu Rot Er muss zu Gelb Die denke ich auch nicht so schlecht Als mit Gelb So Er muss da rein Wir müssen beide jetzt da rein Okay Gelb Er Rot Und er Blau Wir müssen beide Fahr weiter Oh 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 Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen Nein Nein Das wäre fast ins Auge gegangen Es ist ins Auge gegangen Nur kurz danach Okay Ähm Rot Jetzt würde ich mal einfach nicht so viel Stress machen So Er fährt auf Rot rein Er fährt da rein Er fährt auf Gelb Er wird auf Rot Easy Und Gelb geht's auf Blau Wir müssen beide auf Blau Du wartest jetzt hier mal Er wird auf Gelb Er muss dann auf Rot Er fährt auch runter Ah fuck Ah Jetzt fährt er auch da runter Shit Äh Du fährst auf Blau Er muss auf Rot Okay Für ihn passt's jetzt wieder Oh Bist jetzt für beide richtig eingestellt So Gelb Und eher Blau Und Rot Oh geil Ich hab's geschafft Puh Naja Zwei Sterne Besser als gar nichts So Dann haben wir Oh wir haben's Okay Ist fertig Ja Silber War irgendwie klar Gerade ist Geschenk Was kriegen wir diesmal Oh Die Malards Nice Ich würd sagen Die nutzen wir auch mal Fahren wir mit Ah und da hinten Die Awards Cool Was 1938 Okay Ähm Wo gehen wir hin Schauen wir uns das hier mal an Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Wie viel Geld haben wir 400 Ja ich kann ja eh noch das hier machen Okay Snowy Plains 100 Bei 125 Schauen wir mal hier schönes Oh ist das wieder sowas mit einer Zugdurchfahrt Ähm Okay Ähm Wo wollen die alle hin Ach so Okay Jetzt I see Von alle Oh Wieder Oh Wieder zu Oh Sehr fies Okay Dann mal auf Rot Nein Das war jetzt gemein Okay Nochmal Aber schön Dass es Abwechslungsreich ist Okay Okay Nochmal ne Malat Ist das einfach gerade oder Ist das vielleicht ne gute Taktik Weil du kannst mal losfahren Puh Das war eng Okay Wir haben Rot Alter Der Zug kommt immer Ist das echt richtig eng gewesen Okay Blau Gerade Ja Standard Einstellung Gerade aus Ich glaub das ist der Trick Ne VVVVVVVV Und warten Keine Kollision Okay Lauft Wir haben es jetzt gleich mal geschafft Der nächste Güterzug Am blau Reicht's mit dem? Nee Noch nicht Dem vielleicht Ja Geil Zwei Sterne Ach come on Das war doch jetzt bitte schnell Okay Ähm Noch ein Level Rocky Valley Und das da ist Ice Bay Machen wir das mal Ähm Okay Wo kommt die wieder raus Wo kommt die wieder raus? Okay Schick mal Rot da rein Rot ist falsch gefahren Also man fährt Blau richtig Rot muss da runter Und blau fährt so Und gelb muss dann wieder Ach stimmt Weil die zwei roten Züge direkt hintereinander gefahren sind Und für gelb geradeaus Damit ihr da Ja okay I see Ähm Sollten wir hinkriegen Jetzt kommen die da alle reingefahren Also wir haben Rot für ganz unten Am blau Am blau So Rot Dann kommt blau Okay Rot nach da unten Und wir haben gelb Geradeaus Nein Nein Oh Ich hab zu lange gewartet Ah Knapp Mh Fies Schauen wir nochmal Die Weiche konnte ich ja eh schon mal umstellen Okay Blau fährt nach oben Rot Rot nach unten Dann wieder blau Und rot Und gelb Gelb fährt rot aus Nochmal gelb Rot fährt noch Oh nein Das ist jetzt blau Gelb Ah scheiße Nein Wir sind jetzt falsch gefahren Blau muss so Rot fährt nach unten Blau muss so fahren Und dann haben wir rot Gelb Gelb Oh 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 Das ist ein enger Takt jetzt hier Nein fuck Ich hab die falsch geschickt Oh es ist sich gerade richtig ausgegangen Mit drei Sternen sogar Hahaha Sehr geil Okay Ich würde sagen Fürs angezeigt Spielen wir Noch ein Level Schaut das in der Mitte Können wir nicht machen Ähm Snow Problem Klingt interessant Und die Anderen Level sind dann Für euch Oh I see Trucks und Kollisionsproblem Kannst du da überhaupt stehen Ja okay Du fährst jetzt mal los Okay Die Trucks sind echt ein bisschen beschissen hier Okay Jetzt sind sie beide hier unten Bleiben wir mal hier so stehen Du fährst los Du fährst los Okay Es ist ausgegangen Yeah Yes Ah Ich hab das mal ein bisschen Glück da Okay Also das ist Conduct Deluxe Von mir gibt es einen Daumen nach oben Wenn euch das gefällt Und ihr sagt Ja das ist ein Spiel für zwischendurch Dann holt euch das auf Steam Der Link dazu Ist in der Videobeschreibung Wenn es euch gefallen hat Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da Und dann Bis zum nächsten Mal Gute Fahrt Ja liebe Leute Das ist leider das Ende Von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier In dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gebt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.